Oh nein, der ist ja wirklich direkt hier bei mir. Scheiße. Oh, und jetzt kommen wir auch noch. Ja, geht ruhig zum Feuerbröbel, ihr Trottel. Ich hätte gerne den ersten Angriff for free. Irgendwo verschanzen, wo er mich nicht sieht. Ja, genau. Rennt zu ihm hin. Das ist eine super Idee. Gibt es hier irgendwas, wo ich mich verstecken könnte? Hat er mich jetzt schon gesehen? Hier gibt es auf jeden Fall wieder Bäume, das ist fein. Ah ja, gut. Die hat er gesehen. Das ist sehr gut. Ich dachte gerade, ich könnte mich schön von hinten anschleichen, aber da sind sie alle schon tot. Aber so komme ich immerhin schön nah ran. Danke dafür, ihr Trottel. Komm, Frier 1. Nein, der war schon aufgeladen. Komm, einen noch. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Danke. Scheiße, der hätte doch treffen müssen. Der hätte doch treffen müssen. Wieso hat der denn nicht mehr getroffen? Wie ärgerlich. Ah, wo ist der Wald? Da ist der Wald. So, wo sind meine Eispfeile? Da sind meine Eispfeile. Der Wald hier ist scheiße. Hier sehe ich nämlich selber nichts. Jo, guter Treffer. Ja. 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 Komm, Frier nochmal ein. Bitte. Danke. Danke. Dieser Wald hier ist total kacke. Man sieht ja absolut überhaupt gar nichts drin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Missed. Ja! 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 So, gegen was waren denn die nochmal anfällig? Die Feuerbrüllrücken. Wo ist denn einer? Da oben. Schwäche Eis. Oder ist das ein Eisbrüllrücken, der da hinten steht? Oh, Feuerbrüllrücken, doch. Okay, dämonischer Feuerbrüllrücken. Kann ich also nicht verderben, ist schon mal scheiße. Schwäche Eis, okay. Frachtbeutel, Schwäche, alles. Schwäche, alles. Und da wäre Feuer noch. Sehen die mich jetzt? Ich hoffe, die sehen mich nicht hier, wenn ich hier drin bin. Schwupp. Okay, it's pulse is working for me. Gut. Das war's für heute. Oh, nein! Gut. Das war dann auch noch der letzte Turm. Jetzt muss ich nur gucken, wo der letzte Feuerbrüllrücken ist. Hier? Ja, scheinen kann es so. Mal gerade nochmal in die Quests gehen hier. Ah, das ist der vorletzte, willst du mich verarschen? Es gibt immer noch zwei. Oh nein. Oh Gott. Da ist der Feuerbrüllrücken. Oh, fuck. Na, da gehe ich aber definitiv nochmal speichern vorher. Das wäre der letzte Kampf hier. Zwei Feuerklauen gleichzeitig. Ja, guten Tag. Okay, naja, solange er mir hilft. Mal hin. Ich habe keinen Kühlsaft mehr. Das heißt, ich muss die wirklich jetzt komplett hiermit erledigen. Okay, also einen könnte ich nochmal... Eine des Feuerklauen von Thunderstruck. Bitermog! Oh, oh, oh! Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich lade nochmal. Aber es ist gut, dass der die auch mit Eis behakt. Das heißt, das könnten wir schaffen. Na, Aratak? Bock auf Feuer klauen? Wo sind die denn jetzt beide hin? Beide weg? Da. Das hat unsere Atennis. Jaja, der eine kümmert sich jetzt Da gerade um mich Big bitch Ah! Ah! Das ist echt die sicherste Methode mit diesen Pfeilen hier aus dem Wald die zu behaken. Autsch! Das habe ich zu spät gesehen. Ah! 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 Kriegen wir doch hin hier. Wäre doch gelacht. Komm, Aratak. Was ist das? Gut, haben wir nur noch einen. Ja, das läuft doch hier, würde ich sagen. Ja, das läuft doch hier. Das ist nicht leichtsinnig werden hier. Das ist nicht leichtsinnig. Das ist nicht leichtsinnig. Wir haben ihn gleich. Na bitte! Das ist nicht leichtsinnig. Sehr gut. Sehr gut. Ah, ich muss jetzt nochmal zurück, um die Queste abzuschließen. Dann mach ich das doch noch. Das ist nicht leichtsinnig. 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 Das war sie. Das ist nicht leichtsinnig. 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 Genau. Das ist nicht Honor. Das ist nicht neu. Und… Im Vogelnest Schmorpiosi. Danke dir fürs Folgen. Hier bekommst du noch deine Küken. Sehr gut. Die Küken ist ein saferer Ort, um zu leben, wegen dem, was du geschafft hast. Und jetzt ist es Zeit, neu zu beginnen. Ich bin glücklich, dass ich dabei sein kann. So sind wir alle, Aloy. Danke dir. Wunderbar. Jawohl, ihr Lieben. Damit haben wir jetzt diesen DLC wirklich komplett abgeschlossen. Bis auf diese Sidequist da hinten, aber die werde ich mir jetzt nicht mehr geben. Wir haben Stufe 53 erreicht. Und das Einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist Reitmaschine rufen lernen. Zack. Und vermutlich die letzte oder eine der letzten Questen hier abschließen. Zurück zur Urmutter gehen und rausfinden, wer oder was uns geboren hat, ihr Lieben. Aber genau hier werden wir das nächste Mal weitermachen. Im Schatten des Berges, hier im Schnitt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi. Peter Koehin. I wonder, was sort of challenge they present.